Willkommen zu einer brandenden Folge von Minecraft Revival, oder? Minecraft Revival! Genau, wir waren letzte Folge in einer absolut schweren, kranken Dimension, so einer, äh, wie ist die? Ich weiß nicht, aber da waren solche vier, die dem Ganzen so, äh, 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 gemacht. Die letzte Folge war ein bisschen kürzer. Schau mal, ich hab's da richtig eingelagert. Wie cool findest du das? Das ist richtig cool, oder? Nein! Okay, aber ich muss meine Sachen erschmelzen. Ich hab noch Illusionary Matters bisschen. Er schmelzen, schmelzen, schmelzen. Spearmint Chart kannst du dir... Was? Du kannst dir mit 30 Damage Battle Legs machen! Wo Spearmint, Spearmint, Spearmint? Oh, aber da brauchst du Chunks. Oh, da brauchst du aber brutal viel Spearmint. Was machst du mit V-Bucks? Oh mein Gott. Da brauchst du, warte mal, neun. Du brauchst, warte mal, neun mal vier, äh, 36. Du brauchst 38, genau. 38 Spearmint, dann kannst du dir ne 30 Damage Tracks machen. Jo, ne, ich wollten wir heute... Leute, ich hab noch das Ätherium Nugget da. Was wolltest du machen? Äh, wir wollten heute nämlich wieder zum, ähm, zu in die nächste Dimension gehen hier. Lass mal wieder runtergehen. Aber ich wollte einfach, wenn ich mit der XP nicht bekommen hab, ein bisschen Chunt, warte. Das stimmt, genau. Ich hab jetzt hier Sharpness 4 drauf. Das stimmt, genau. Ich hol wieder Bücher. Hast du noch Bücher? Sharpness 4 hab ich jetzt. Und Looting geht aber nicht drauf. Willst du Looting haben, äh, für dein Schwert? Jein, wär eigentlich relativ cool. Äh, oder kann ich das echt platzieren hier am Boden? Ja, kann ich, okay. Warte? Okay, dann lass ich mein Looting-Buch einfach liegen am Boden. Ich hab auch noch... Warte kurz, ich schad noch kurz, wenn... Und, warte mal, ich glaub, ich mach mit Stärke Rüstung. Und Smite? Haben die... Warte mal, wie macht man sich die Chaos Rüstung? Auch aus dem? Oh, das ist, ähm... Hast du noch Spermint irgendwas? Spermint? Ich hab... Ich hab... Stimmt, meine... Wir können eine Splitsacke machen aus dem. Doch, das können wir jetzt wirklich machen. Stimmt, meine Ding. Soll ich mir eine Splitsacke machen? Warte, meine Boots hier. Und sparen wir auf die OP Sachen. Protection 1? Easy? Sag mal an. Was? Wir können nämlich genau eine, äh, eines Splitsacke aus Spermint machen. Oder sparen wir auf die, äh, OP starken Sachen und Rüstung an. Ja, dann will ich gleich das, äh, äh, die Splitsacke machen, oder? Naja, die können... Geht sich genau aus. Aber ich weiß nicht. Ich hab... Ich hab schon eine Kautiker-Splitsacke. Ja, ich glaub, da... Da braucht man für die nächste Dimension gleich, oder? Okay, lass mich. Warte mal. Ich hab noch mal einen steirischen Miner. Den kann ich eigentlich jetzt einlagern. Dann entchante ich meine Kautiker-Pickaxe. Weil ich glaub, das ist die einzige, die RZ abbauen kann. Dann bin ich halt der Miner von uns beiden. Ich hab ja auch grad Smite bekommen. Das kann ich grad nicht irgendwie... Okay, warte. Hast du ein Lapis noch? Dann können wir ein bisschen... Äh, Chaos-Schaden hab ich hier noch drin. Aber das brauchen wir nicht. Das haben wir schon als Dings. Chaos schon. Triton. Ey, du hast Lapis falsch eingelagert. Du hast oben. Und ich hab das schon mal. Das haben wir noch nicht gehabt. Äh... Oh, äh, Quarf-Gem. Ich hab keine Ahnung was zu machen. Das bringt irgendwie gar nix. Keine Ahnung. Da kannst du nur Blöcke draus machen gar nicht. Bist du euch mein Schwert nennen? Ähm... Öster... Oh, stimmt. Ey, warte. Ich nenn meins auch irgendwie dann um. Was denn? Österreichisches... Äh... Äh... Warte mal. Protection 2. Okay, ist eigentlich ganz gut. Ist nicht schlecht hier. Ich hab ein neues Schwert übrigens. Oh, lord. Ich bin dumm. Ich hab grad... Oh, ich hatt das auf das Schwert. Ah! Wieso bin ich so dumm, Julian? Was hast du gerade? Ich hab ein Schwert mit 14 Damage gemacht. Und ich hab das nur auf meine Axt gemacht. Oh, nein. Oh, ich hab Scharptes. Ne, vermeint. Ich hab nochmal Scharptes bekommen. Äh, beim Enchanten. Okay. Nimmst du die Axt haben? Oder... Ich glaub, ich nenn mein Schwert ist survival. Ja, gut. Ich hab eine Flint-Axt. Wie viel Damage macht dein Schwert? Äh, 12. Das macht 11,5. Und? Das hat die Spezialeffekte. Willst du die Axt haben? Äh... Ja. Okay. Ja, dann könntest du die Axt haben, glaub ich. Oder gib mir... Oder ich weiß. Ihr habt ein Schwert, was 16 Damages macht. Ich hab das 1, dass 12 macht. Aber die Axt macht halt 11,5. Ich weiß es nicht. Ethereum gibt mir auch Speed, oder? Egal. Warte mal. Ich glaub, ich glaub, ich lass noch beide. Ne, ich glaub, ich lass noch beide. Wollst du das haben? Ähm, die kriegst du Shampoos und Speed mit den Boots. Äh... Wir haben noch... Haben wir noch irgendwas anderes? Ich glaube nichts, was wir enchanten können, oder? Ja, dann lass uns in Dimension gehen. Hier in die Dimension. Okay, lass uns in die Dimension gehen. Genau, weil er ist runter. Ich bin echt gespannt, gell? In die Dimension. Ähm... Ich hab noch einen so komischen Ding. Mein Lapis kann ich eigentlich dann hier lassen. Äh... Coalcrate cramped. Ich lass noch mein Schwert, der macht hier, ja. Und mein... Mein Stab hier, mein... Staff of the Egeos. Warte, ich kann auch das Looting machen. Warte. Äh... Looting... Und ich nenne es oben auf das, äh... 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 Kaltes... Wie nenne ich das hier? Irgendwas mit Kalt, oder? Ähm... Mein... Äh... Schnitzel... Äh... Schnitzelschwert. Ich nenne es aber auch Schnitzelschwert, oder? Ich nenne es das, ähm... Ähm... Der... Äh... Der... Zerschnitzler. Ich glaub, das ist ein geiler Name. Loll, was? Oh, mein Spielzeug muss ich entscheiden. Stimmt. Das war jetzt das, was ich euch machen wollte. Warte. Was du schon... Special Effect macht. Right click, shift click. Ja, ja. Steht ihr dabei, wie du das machst? Oh, lol. Oh, lol. Das gab es gesprengt. Oh, oh, mein Gott. Julian, ich hab vor... Julian, du glaubst nicht, was ich bekommen habe. Enchanted. Nichts sprengen, Julian. Das ist ja die Axt. Okay, okay, okay. Ich hab auf meine Spitzelge bekommen. Fortune 2, Unbreaking 3 und Effektions 3. Oh, lol. Dings, äh... Essen brauchen wir noch, gell? Haben wir Essen noch? Oh, stimmt. Und ich hab Potatoes, aber ich glaub meine, für die das reichen. Oh, oh. Lass uns alles damit holen. Und dann treffen wir uns unten. Ja, hier, Kameraden, wir fangen jetzt hier an mit dem ultimativen Trip. Warte mal, ey, was ist das jetzt hier eigentlich? Jetzt wandern wir in das Portal 1. Ach so, du bist da oben, ich bin schon unten. Ich bin jetzt hier in das Portal, in eine andere Welt. Aber ich wollte da oben wieder meine Spitze, gell? Auf, äh, so, äh, Chaotica 44. Ich bin, ich bin schon unten. Also, ich warte auf dich, äh, komm einfach noch runter. Okay, warte, 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 warte. Warte das Schwein auf mich. Warte, ganz kurz. Schweinchenidl? Schweinchenidl? Schweinchenidl. Jo, meil. Da, Leute, unsere ist. Turbo Autobahnstraße. Oh mein Gott. Ey, kein Spaß, ich finde diese Regenbogenautobahn hier so geil. Äh, warte, dann komm ich hier runter. Dings, ich hab jetzt, ich hab jetzt, äh, die Axt. Ich hab die Axt jetzt, yo meil, Glianz. Schau mal schon. Yo meil. Yo meil. Warte, ich hab nur ne Eisenachs. Also, eigentlich, bei mir geht's nicht so. Wir haben noch ein bisschen Pickaxes hier und da. Alter, was? Was war das jetzt? Ach, Leute, das war's zu. Oh, oh, oh. Du führst mich schon wieder chaot gemacht, Julian. Oh, war das gut. Ah, Rieparino, Rieparoli. Rieparino. Egal, ich muss mich jetzt hier trennen. Ähm, Chaotica Portal Frame brauchen wir jetzt eigentlich keinen mehr, oder? Ah, ja, da haben wir schon wieder. Was ist das? So, jetzt ist einfach noch so ein Ding. Mein Vee-Bug, mein einzigen Vee-Bug, wo ich mein Vee-Bug, wo ich mein Vee-Bug... Ich lass den lieber da. Warte, ich muss noch meine ärztliche reinpacken zum Schmelzen. Geil, ich hab noch ein paar was bekommen, nämlich. Soll ich da rein gehen, oder? Ne, ich warte auf dich. Und wir haben noch ein Vee-Bug, ein Kristall. Oder ich hab noch ein Chaotica Portal Frame. Oder hast du ihn gerade weg? Was? Chaotica Portal Frame war ich noch. Chaotica? Ja, das ist der von dem, glaube ich. Ich kann das mal rein. Yo meil. Oh. Ihr müsst noch aufpassen. Oh mein Gott. Oh lol. Boah, bei mir ist es dunkel. Ich glaub, das wird ja nett, oder? Ich glaub schon, aber ohne Lama, oder? Das ist ein Dungeon. Aber ich glaub, das ist nur ein normales Spinnen. Da steht jemand. Siehst du den? Hallo, bist du freundlich? Und die ist relativ wahnsinnig gerade. Hallo? Ey, das glaub ich wirklich freundlich. Wow! Oh no! Macht das damage? Ich bin richtig viel Leben. Weil man es darf normalerweise bezahlen ist. Das sieht aus wie so eine Undertale-Dimension von der Farbe her. Oder mit den Monstern. Spinnen, 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 Spinnen. Ich sag's halt auf Wiederanzeige. Ne, doch nicht. Ey, ich hab keine Blöcke. Tu it, tu it. Was denn das hier? Oh, zwei Augen. Chaos, ey geil! Leute, ich bin hier in meiner eigenen Dimension. Der Chaos-Dimension. Oh lol. Und was ist das? So ein Nest-Block, Web-Block. Ey, das ist ne Ultraspiele. Das ist ne Normale. Oh, das ist ne Lifesteal und Graphite. Alles, der Born-Header-Disi. Okay. Und ist hier drinnen? Dead Mosquito. Warte, warte, warte. Abbauen. Was haben wir als Loot? Oh, der Diamond Stings. Der Diamond Row. Den hab ich ja letztes Mal schon gefunden. Okay. Mal schauen. Glaubst du es gibt, hier sind größere Viecher, Juran? Hab ich keine Falsche genommen. Macht der mehr Damage? Ja, die machen keinen Damage. Die sind freundlich, glaub ich. Au! In Zwischen. Blöds war ich sorry. Du musst Schiff und Abwunderrechtsgegner. Machst du den Shatter. Aber halt, ihr habt richtig viel Leben, gell? Oh mein Gott. Du hast gedingst. Aber die Rüstung ist richtig schlecht. Hauptsache ist eine Wespe drehen. Die Dimension. Wie viel Leben hat der? Oh. Ich hab, ich hab, ich brauch trinken. Vergessen zu trinken. Äh. Kautiger Soul? Du könntest dir einen Stab machen daraus. Einen Chaos Staff. Oder hast du den schon? Äh. Ja. Staff of the Chaos hab ich. Die ist noch mehr so. Lass halt da oben. Lass das nach da oben gehen. Da singst du's. Wo gibt's Erze? Oh stimmt. Oh mein Gott. Ich mach richtig viel Damage. Oh, 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 oh. Ich hab zwei Erzen. Ja. Und man muss bedenken. Wir haben schon. Nein, 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 nein. Kitzel, kitzel, kitzel. Bring's um. Ich rette dich. Ja, pass auf. Die Blumenfiesen. Brutal. Oh lol. Ich bin beim Haus. Ich bin beim Haus. Ja, ich glaub deswegen eine Dimension. Okay, komm zurück. All die Blumenfiesen. Und wir haben richtig starke Rüstung eigentlich schon. Oh lol. Okay. Alter. Und ich dachte, das hätte ich eine easy peasy Dimension hier. Ich wollte einfach nur vorbei rennen eigentlich. Oh, weil einer läuft mir nach. Ich komm schon wieder. Alles gut. Die checken nicht, wie man Blöcke hochgeht. Oh, doch checken die. Aber ich hab den High Ground. Ich hab jetzt Weakness für 30 Sekunden. Oh mein Gott. Ja, komm mal, komm mal. Ich nehm einfach einen Stellenweg. Also ich nehm jetzt nicht einen Stellenweg. Gehen wir ganz normal zu Fuß runter. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Pass auf, pass auf, pass auf. Alle die Teamen hier. Die Teamen? Ey, das ist richtig komisch. Erinnere mich ein bisschen an Flawi aus Undertale. Diese komischen Blumen hier. Oh lol. Der Creeper ist explodiert. Weil hier auch alles lila ist einfach. Warte. Okay. Bin wieder da. Oh mein Gott. Ja, die machen Taktik bei mich. Die warten, bis ich den High Ground verlasse und dann kommen die runter. Oh mein Gott, ich hab vier Herzen. Äh. Jawoll. Versuch die mal zu killen. Die sind richtig low schon. Ich hab die schon angehittert. Alter. Die zwei hier. Oh mein Gott, ja, ich bin low. Oh ja, zwei Herzen, zwei Herzen. Okay, rein, rein, rein. Ich muss trinken. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben die gejobbt? Caotic Soul? Caotic Soul, ja. Hast du die schon? Ja, okay, die brauchst du nur für den Staff. Ah, das ist eigentlich unbedingend. Guck mal, das will in die Höhle gehen, oder? Ne Dings, ja. Da hinten will nämlich die Ohren nämlich. Ich will nämlich die Ohren. Sorry für die, die alle gerade bei mir zuschauen. Äh, ja, hier ist ein bisserl dunkel und vor der Night Vision. Ja, ich muss die Focke fallen. Ja, ich hab Focke nur ne Ende. Ich kann nicht spammen. Hier ist noch ne Blume, pass auf. Lass, lass ich mich nicht angreifen. Ich will das Ohr holen. Warte, hast du Blöcke? Ja, ey. Was ist hier? Was ist das? Für den Ernst? Pass auf, pass auf, pass auf. Da leuchtet dir was. Was ist loll? Ich hab's. Nur Bohnen-Dust. Was auch immer das ist. Ich leuchte mal aus, hier bei mir. Das ist noch ein Ohr. Ist das ein kleines Vieh? Soll ich rein? Yolo? Full Yolo? Nein, 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 nein. Pass auf. Wenn das alles spawnen ist von diesen komischen Blumen. Oh nein, das sind keine Blumen. Das ist was ärgeres als Blumen. Es sind Iiii. Es sind Iiii. Es sind Iiii. Es sind Iiii. Es sind Iiii? Ich mach Ohrenhit fast. Oh, die macht mich Iiii. Abbauen, abbauen, abbauen. Ja, aber die spawnen ab. Ohohoho. Pass auf, die Blume, die Blume ist da drin. Rönt, neben Damage. Ey Leute, warte mal, ist es nicht diese selbe Flüssigkeit, die ich in meinem Becher ab? Ich glaub schon. Die sterben da drin. Ist noch ein Spawner. Warte, Body up. Oder töte die. Pass auf die Blume. Spawn ist weg. Okay, und jetzt krass. Nein, 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 nein. Wuuuuh. Scherzen. Machen die Slendermans Damage? Ich hab Ender, Ender Soul. Okay, warte. Oh, ich hab die. Oh, ich hab auch Illusionary Matter. Oh, die stecken fest. Lass mich die hinten. Ich hab sie alle. Eine Blume ist frei. Oder? Nein, der hört mich rein. Oh, ich bin dead. Oder? Bist du dead? Oh, oh. Ja, ich glaub. Nee, weil ich bin frei. Alles gut, alles gut. Sorry. Weil die Blume ist sack. Die Blume ist sack. Oh, die Blume ist sack. Alter, Slendermans macht doch Damage. Ich bin sack. Lass die Blume nicht rauskommen. Er ist auch der Blume bei mir. Alter, die machen die Blume so für Damage. Okay, passt. Wir haben alles, oder? Nein, die Blume. Oh, ich hab's. Ich nehm Damage. Was ist drin? Kautiker Pickaxe noch, oder? Okay, die kannst du haben. Frostin Shower. Lol. Cinnamon Portal Frame. Ich nehm mal dir. Ich hab das Öffnungsdings für Cinnamon. Chaos Fluss. Und Wind damit. Kautiker Block. Garit Helm. Warte mal. Oh, das ist, glaub ich, stärker. Oder was ist hier drin? Oh, die kannst du haben, wenn du willst. Ich glaub, die macht Nightwishen. Ja, aber. Lol, das ist noch eins von diesen Puckets. Jede Mache, der macht ein Nightwishen. Hä, schau mal Airen. Schau mir den Chest. Oh, lol. Links ist der, den ich ja. Soll ich mal nehmen? Oh, lol. Oh, der macht Damage. Der macht Damage. Der ist. Ja, pass auf. Der ist die Flüssigkeit da. Chaos Chunk. Hast du Chaos Shards? Äh, Souls hab ich. Ich hab nur... Nein, ich hab grad reingehmen alle. Okay, okay. Neun von den Linken sind einer von den Rechten. Und du brauchst vier Rechte für ein Schwert, oder was? Oh, lol. Nimmst du sie oder kannst du sie nehmen? Äh, ich glaub... Ne, von dem kannst du nix craften. Nimm du die mal. Ich hab noch einen Krautiger Block. Äh, der bringt gar nix. Äh, keine Ahnung. Kannst du auch du mitnehmen? Ja, was ist das hier noch? Äh, ich glaub das ist gut. Garit. Garit. Garit ist ja richtig stark. Oder? Oh, ja. Oh mein Gott. Ja, das ist super stark. Wir haben jetzt grün. Pass auf. Da, 18 Herzen. Äh, ich nehm mal... Hier ist noch ein Chaos Chunk. Nehm mal mit. Ein Lampbämm hier. Und ein paar Souls. Chaos Fluid. Teilpunkt Chaos Fluid. Hast du das? Ja, schau mal. Was ist das? Lassen wir uns zuhause einfach platzieren. Ich kenne das. Das ist wahrscheinlich das Flug. Okay. Lassen wir die Zelle von einem Villager platzieren. Ja, eigentlich geil. Okay. Ja, stimmt. Lassen wir die Zelle von einem Villager. Äh, okay. Das heißt, eigentlich nehmen wir die fertige Idee. Warte mal. Wir brauchen noch ein bisschen was von den Ärzten hinten so rein, glaub ich. Warte, jetzt krieg ich das, glaub ich auch. Weil der Boost... Okay, ne Moment. Äh... Oh! 36 Damage wert. Aus dem, aus dem Ohr. Oh lol. Aber wir brauchen richtig viel. Äh, hast du irgendeinen, irgendeinen Baublock? Ja. Easy. Mit Chaos Pickaxe. Pass mal ab. Drei Dings kriegst du raus. Wir brauchen fünf für eins und... Okay. Wir brauchen zehn von denen. Ich kann es nicht mehr nehmen. Nimm es zu. Okay, okay. Wir brauchen zehn das. Das heißt, ein paar was noch. Wir können das Ultraschwert craften. Oh, nur eins noch. Warte. Warte, warte, warte. Wo ist das? Hier oben ist irgendwie ein Vieh noch. Hier oben ist überall das jetzt. Ich seh'n, ich seh'n, ich seh'n. Ultra starkes Ohr, warte. Dreimal brauchen wir jetzt für ein Schwert, oder wie? Ja, ja, genau. Okay. Ich kann noch ein paar mehr abbauen. Ich hab' jetzt genug für ein Schwert, glaube ich. Vielleicht brauchen wir eine Spitzhacke. Ich weiß nicht. Hier ist mir richtig viele noch aus von dem. Ich baue auch grad wieder eins ab. Aber ich muss nie was wegschmeißen. Das sind ultra viele Warte. Oh, ihr könnt so geile Sachen machen. Oh, ich hab drei. Wie viel braucht man? Wie viel braucht man? Wie viele Teile? Du hast zehn solche, äh, das Sachen für ein Schwert. Also ich hab' drei Grad. Okay, okay. Zehn. Ah, also ich hab' 30 schon. Wir sind richtig. Oh, jol. Dann lass' wir noch rausgehen, oder? Wir können uns ultra gut ausrüsten. Ah, pass mal auf. Wo bist du denn wieder? Weil das sind die Blumen. Ja, das ist eine Superblume, glaube ich. Wo bist du denn? Weiter rauf gegangen. Weiter hoch. Musst du wieder trinken? Okay, ich traue mich drauf. Wir haben genug. Ich will nicht sterben. Und die Blumen wurden nicht so gut wie nehm' ich. Also da vorne bis zu. Alter! Okay. Hier schießt du mich mal nicht ab, okay? Äh, hast du die Changes mit gedroppt? Ja, hab' ich. Ich hab' ne Lampbruch, bitte. Ich will zu Hause aufbauen. Illusion Matter habe ich. Was denn das? Illusion Matter. Ist mir ein ultra duper Sort. Ja, gell. Warte. Äh, ich hab' fast kein Wasser mehr. Wir sollten mal los. Das ist ne grüne Spine gespawnt. Oh. Darf ich den mal killen? One hit? Nö, einfach. Ich bin im Portal. Oh, Leute, komm näher. Oh, ich zieh's tot. Easy. Okay, ich bin da. Ich bin auch tot. Okay. Äh, ich hab' schon was jetzt klaufen können. Nein, ich klaufen mich jetzt nur. Nein, ich klaufen mich jetzt nur. Wirklich? Nein, das pack' glaube ich nur. Okay, ich hab' jetzt wie viel? Nur Bohnenkristall. Alter, übelst geil. Lass mal alles Einlagen was wir haben. Block of Garit. Alter, lass' oben mal hier. Das ist ganz gut, gell? Ja, genau, warte. Und wir können ein neues Portal öffnen theoretisch. Und zwei neue Portale sogar, warte? Warte? Nein! 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 Äh, ja, das war nicht viel, ja? Ja, wir sehen uns gar nicht. Also dann hätten wir jetzt hier offiziell alles... Okay, Flo, wir haben eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Das gute ist, wir haben das alles wieder aufgebaut. Das schlechte ist, unten ist schon wieder ein Feuer bei mir und ich brenn' grad schon wieder. Nein, das werden wir das hier haben. Also trotzdem, hier, ich brenn' das hübsch schon wieder. Ey, warte kurz. Wir können jetzt aufbauen, das nächste. Oh, das schaut richtig gut aus. Ist ja alles schon rot schon wieder. Oh, ich glaube, das ist ein sehr schweres Portal. Ich muss kurz abkühlen, ich muss kurz abkühlen hier. Also das ist für die nächste Folge dann, oder so weiter? Ja. Okay, ich lag immer den ganzen Trash an. Oh mein Gott! Was ist das? Ich wollte jetzt die Lampe ein. Oder ich darf ein Ding sich da anschießen? So, wir haben jetzt hier eine geile Lampe. Jo, meil! Aber wenn es eine Lampe ist, brauchen wir ja gar nicht keine Fackling. Ey, wir können theoretisch auch schon ein neues Portal wieder aufbauen. Okay, aber das lag ich mal nicht hier ein. Das nächste Portal ist das nämlich, das Peppermint. Eins fehlt noch. Wir haben nur noch Wintermint als Realmkristall, aber wir haben noch keine Wintermint-Blöcke. Das letzte, was fehlt. Ja. Dann haben wir, glaube ich, alle offizielle Portale irgendwie Dings. Und ich habe 8 Norborn-Crystals. Ich kann mir ein Ultraschwert craften und eine Ultraspizza, gell? An Norborn-Crystals. Ich spare das erstmal jetzt hier auf. Ähm. Ich wollte es nochmal raufschauen. Ich habe mir eine Sache entschieden. Warte mal. Und erstmals, ich wollte erstmal mal was auffallen. Wir wollten noch das Ding, äh, das, äh. Was? Den, genau. Teil Dings Chaosflut. Wir können das schon mal anzünden. Wenn wir nicht da reingehen. LOL! Wie cool! Warte mal, warte mal. Oh, warte. Ich mach nochmal rein. Wird hier viel cool. Okay. Leute, wenn ihr das Portal sehen wollt. Nichts wollt ihr einschalten. Ihr wisst bescheidens, ja. Aber ich wollte es nochmal schauen. Wo waren die Seiten hier? Warte mal. Oh, was ist da hier? Hier ist ein neues Ohr. Hier ist ein neues Ohr, oder? Was ist das? Hä, was ist das? Hallo? Da ist ein zweißiger Viecher. Hey, laufen weg! Hey, wir können nicht gehen. Mach mal ein Shatter. Warte, muss ich weggehen. Der ist hier eingekramm. Der ist hier eingekramm. Der ist im Boden dran. Warte, was? Dom ist doch eins. Dom ist doch eins. Warte, warte. Man darf, man darf. Ihr mit der Spitzsäcke musst den killen. Mit der Spitzsäcke? Ich glaub ein Dias. Die glaub ein Dias. Laufel, laufel, laufel. Laufel, laufel. Wo ist er hin? Ich glaub, der ist im Boden dran. Oh nein. Warte, unten war noch welche. Was war das? Ich weiß es nicht. Ein laufendes Erz, oder? Das hab ich auch schon mal gesehen, aber... Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Warte mal ganz ruhig. Wir wollen uns anschleichen. Siehst du den? Fogas! Pass auf! Ich hab ihn! Mit der Spitzsäcke. Ja! Okay, es droppt er was? Ein Dias! Lol. Wie viele? Ein. Ein Dias. Warte, ich glaub einer war noch dort unten, der weggerannt ist. Oder? Und zwei haben sie vergraben. Ja, aber ich glaub, wenn die vergraben sind, die sind auch weg. Ich glaub die Dias spawnen nachher oder so irgendwas. Ich weiß es nicht. Erst mal schauen, wo sind die? Ich hab keine Ahnung. Ja, 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 ja. Komm her, komm her, hier ist noch einer. Hier ist noch einer. Warte, warte. Bei unserer Base. Jetzt vollgas, 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 vollgas. Ne. Leut, er sprintet übelst. Ich hab ihn. Ohne Zeit hier. Oh mein Gott. Ist noch wo einer? Ne, ich glaub nicht, oder? Ey, wie geil. Ist das laufende Erze gewesen? Ich glaube, ja. Weißt du was das ist? Oder von welchem Mod? Ich hab's noch nie gesehen. Ich hab's noch nie gesehen. Warum ist da Wooden Planks? Wooden Planks? Gar nicht. Vielleicht. Wahrscheinlich von dir, oder? Ja, wahrscheinlich. Weil ich hab immer die Dings mit gehabt. Was ist das schon mehr? Diese Schnecke oder so? Was für ne Schnecke? Doch, das ist ne Schnecke. Nacktschnecke. Wo? Kannst du euch kümmern? Kannst du euch kümmern? Kannst du euch abschießen? Warte, kannst du euch. Was ist das? Hallo? Hallo? Ist die Ton? Ich hab's ne Nacktschnecke. Oh lol. Hä? Oder? Doch, das ist ne Nacktschnecke. Soll ich sie markieren, oder? Oh lol. Pff. Hä? Alter, was laufen hier für komische Mobs rum? Aber hab ich's gesehen? Gibt's noch von anderen Ärzten? Wisst ihr das? Ich weiß es nicht. Aber bisher waren so blau oder so. Könnt ihr überall spawnen? Ich weiß es nicht. Alter, übel ist komisch. Aber hier hab ich schon öfter so was rumrennen zu sehen. Wirklich? Ich dachte mir schon, das ist ne übelständlich. Ja, Leute. Da muss ich mal sagen. Ja. Ihr könnt auch, ihr könnt auch, ihr könnt auch, ihr könnt auch Fanarts machen für Revival. Mit den ganzen Dings hier. Bitte macht Fanarts mit sich am Schickt und Steam. Mit den ganzen Portalen. Nächste Folge machen wir die Dimension. Und Alter, ich bin so gespannt, was das für die Dimension ist. Das ist cool schon aus. Alter. Okay, bis zum nächsten Mal. Ja. Schaut auf den Termine vorbei. Hol euch Tickets. Abonniert mich. Ja, like. Tschau. Drunken. Ich bin mal đến. Werチャ W Fool. Allez! .